Heiho, weiter geht's, Recycle Plant, inside. Eris, I just received the Transformation. Transmission from United Earth. Nein, jetzt hab ich's weggekriegt. Egal. Das ist cool. You can switch to use MP Grinnell. Okay. Okay, das schockt also. Und das kann ich durch Q drücken. Ah cool, da kann ich die beiden umschalten mit Q. Okay. Dann mit rechter Maustaste hier rein. Ah ja, und ducken und durch. Alles klar. Wow. Genau, und gleich mal hier rein. Brennen und kaputt gehen. Okay, hier rein. Da war was. Oh, fuck it. Okay, ich glaub ich hab hier ne coole Position erwischt. Oh, was ist das? Ich will's haben. Gib. Gib, 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 gib. Data Cube, increase energy by ten. Power Cube. Ah, cool. Das ist sowas wie ein Herz. Which unlocks... ...available game content. Alles klar. Der Data Cube Blue. Ah, okay. Charakter Info und die roten... ...gibt's zusätzliche Power Ups. ...dass ich die ...pandestore in eur Data Bites. ...to access them open the recycle menu. Machen wir doch gleich mal. Ha, cool, da oben. Okay, dann drücken wir mal E. Was ist denn E? Hier ist E. Cool. Cool. Ah, da kriegen wir so Charakter-Informationen. Ha, cool. You can select a stage and choose a cap to go there at any time, but your current mission progress will not loss. Ah, cool. Wir können da auch zurückgehen. Aber unser aktueller Stand wird nicht zurückgesetzt. Find ich auch irgendwie cool. Wie komm ich da jetzt hin? Kann ich da durch? Nö. Komm ich da durch? Hier. Ah, kann ich kaputt schießen? Ah, sagt es doch einer. Oh, was ist das? Das gefällt mir gar nicht. Hier ist nix. Hallo. Ich glaube, ich muss das echt mal ausschalten. Werd hier sonst zu oft angeschrieben. Da muss doch irgendwann mal was rauskommen, oder? Ich will nicht angesprungen werden von dem Ding. Egal was das macht. Zack, zack, zack. Da oben. Yeah. So, vorsichtig rantasten. Hier erstmal rumschnetzeln. Da ist noch was. Ah. Okay, da brauchen wir den hier wieder. Zack. Und durch. Boah, Falle. Da ist doch gar nix. Doch da. Gegner. Oh, da ist ein Q. Oh. Wie komm ich da jetzt wieder hoch? Ah, cool. Okay, wir haben einen Q. Und ich weiß immer noch nicht, was wir damit machen. Aber die sind wieder da. So, dann hier wieder durch. Wow, wow, wow. Boah, daran muss ich mich echt nur gewöhnen, dass die wieder da sind. Was macht der? Ah, der rollt sich. Okay. Da oben ist wieder was. Uhuhu. Ich kann mal ausweichen, war hier oben noch was? Das wäre noch interessant. Da kannst du dich echt tot suchen an dem Scheiß. Oder tot sammeln, eher gesagt. Sowas ist hier oben noch. Hier geht auch was rein. Das ist genau derselbe Weg, nur nach oben, oder was? Uh, da ist was. Was habe ich? Ah, das war so ein fetter Container. Cool. Okay, da wären wir rausgekommen. Schauen wir mal hier. Aua. Das wollte ich jetzt nicht machen. Okay, da geht's auch durch. What the fuck ist das? Hey cool, da werde ich geheilt. Alles klar. Alles klar. Ich habe es kapiert. So. Toll, da oben komme ich nicht mehr rauf, oder was? Wo bin ich jetzt? So, da kann ich nicht durch. Gleich mal wieder irgendwelche Gegner. Huhuhu. 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 Ich muss sinnlos hier rumspringen, da kann ich auch noch durch. Kommen gleich wieder Gegner? Doch nicht. Kann mir das mal einer sagen, wie ich da durchkomme? Kann ich die kaputt schießen? Muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite kommen? Ach, Mardik. Mardik, Mardik, Mardik. Oh, da ist was. Da war was. Da war was. Oh, fettes Pack. Fettes Pack. Da ist so ein Hund. Da hinten ist so eine komplette Produktion von den Dingern, hey. Krankes Zeug. Au. Wow. So, erstmal durchschnetzen hier. Mal Dauerfeuer dran lassen. Und die ganzen hier ummetzeln. Oh, da kommt ein Block. Cool. Wow, 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 wow. Okay, der ist tot. Kommt hier noch was? Ah, haha. So, da war nix mehr. Checkpoint. Sehr schön. Hallo. Ah, nach oben drücken. Okay. Wir laufen, wir laufen. Oh, gleich mal was getötet. Uh, ich find das echt cooles Spiel Aua Okay, die können springen, die Dinger Ducken Und weg mit dir Du Ekelhaftes What the fuck, warum hat der eine Knarre Alter, du nährst mich Warum kann der das? Und tot Ach, ich hätte ein Repair Kit holen sollen Fail Ja, continue Scheiße So hoch Jetzt kennen wir den ganzen Spaß, ja Ich weiß nicht, wie ich den Dingern ausweichen soll Ich kapier das nicht Aua Warum muss der so kriechen? Das gefällt mir nicht Mein Aim ist doch so scheiße Ja genau, fast reingerannt Weil Queer Power hab ich natürlich auch nicht mehr Ah, tap, tap, tap So Ah, cool, die können wir nachkaufen Auch sehr interessant So, Upgrade Die können wir mal upgraden Die kaufen uns erstmal ein Repair Kit Und noch ein Repair Kit Und upgraden mal unseren Oh, die kann ich auch upgraden Cool Ich upgrade die mal Das ist ja unsere Main Waffe Und endlich und so So, und dann fetzen wir den einfach mal Werd ich mal sagen Boah, warum kann der das? Tot Ekelhaft WTF Ja, schießt drauf According to Dr. Karson Report The horse rioting infecting them from the inside out If here finding where accurate then this gas must mean the robot was recently infected Ja, okay. Dieses grüne Gas infiziert also Roboter. Oh, und wir haben eine neue Waffe. Na toll. Gerade, wo ich meine andere aufgefrischt habe. Egal. Ah, da war ja... Oh, fail. Oh, die explodieren. Krank, krank, krank. So, ich gucke mir mal die neue Waffe hier an. Was habe ich denn hier? Equip. Cool, die hat auch einen ähnlich Schuss. So, was kann die denn? Improves Single Shot, Anti, bla bla. Das ist 30 damage. Oh, die ist schneller oder was? Ich will die equippen. Alter! Wie geil. Was kann die? So, was soll mir das sagen? Ach so. Alles klar. Oh, etwas tricky hier. So, da runter. Boah, krass. Ich heil mich erstmal. Na, knapp hier. So, was machen wir hier? Was machen wir hier? Da komme ich hoch. Okay. Darüber. Ah, Gegner. Na. Ich attacke hier viel zu langsam. So, und da brauchen wir wieder... ...die hier. Zack, dann kommen wir da durch. Und haben wieder so ein komisches Database-Upgrade. So, hier durch. Also, wirklich viel Schaden macht das ja nicht. Oh, sieht übel aus. Ich switch jetzt einfach mal wieder zu unserer Citroen Blaster. Finde ich cooler. Macht mehr Wumms. Boah. Das sieht echt übel aus hier. Wow. Ja, voll reingesprungen. Klar. What the fuck? Okay, wieder Dauerfall anschmeißen. Umgenutzt, umgenutzt, umgenutzt. Und da. Surprise. Und weiter geht's. Boah, sterben doch alle. Okay, da müssen wir hoch irgendwie. Oh, da kann ich aber rüber. Hab ich da die Range für? Yes. So, dann hier drauf. Die machen wir mal kaputt. Genau, dann sind wir hier. So, und was bringt uns das? Uh, da ist ein... Na, voll getroffen hier. Hallo? Geht doch. So, und ab nach unten. Ha, ha, ha. So, und dann wieder nach oben, oder was? Dann hier drauf. Wow. Okay, das muss anders gehen. Genau, einmal kurz warten und drauf. So, da müssen wir auf den drauf. Ah, du Wichser. Was soll denn das gehen? Hallo? Was, das ist bescheuert. Okay, so geht's. Oder kann's gehen? Kommt hier jetzt nichts mehr? Ah, doch. So, und jetzt muss ich warten. Aua. Nochmal heilen. So, da kommt jetzt was. Oh, 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 oh. Au. Ah, ba, ba, ba. Fail. So, dann kaufen wir uns noch nicht genug Materialien. Geil. Okay, wir heilen uns noch einmal und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und tschüss, tschüss.